Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Mafia 2. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen, wir gehen mal ans Telefon. Wo ist das Telefon eigentlich? Ah hier. Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein riesen Ding. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay, wir treffen uns dort. Der Lincoln Park. Ich guck mal, wo der ist. Ja, es geht. Oh, nehmen wir das mal. Das sieht auch cool aus. So, sonst habe ich hier gar nichts. Okay, das Klo. Toilettenspülung können wir benutzen. Ganz wichtig. Und hier hat jemand Zement gerührt in der Badewanne. Interessant. Okay, gehen wir mal raus. Okay, ist das unsere Garage? Nee, oder? Doch. Ja, wir nehmen mal den. Boah, wir haben immer noch keine Dinge. Kein, kein Geld. Jo, Frau, geh weg. So, dann fahren wir mal zu Henry. Ja, was ist, ob ich hier warte? Polizei sagt auch nichts. Sympathisch. So, die Sachen mit den Irren haben wir ja in der letzten Folge geklärt. Ich glaube, der O'Neill ist ja noch am Leben, oder? Ja, ich fahre ja schon langsamer. Können wir da durch? Oh mein Gott, wir können da durch. Okay, einfach weiter, einfach geradeaus, weiter. Okay, hier müssen wir abbiegen. Okay, wir sind ja schon da. Ja, sehr schön. Packen wir mal hier. Henry, ich komme. Mach keine Alleingänge. Hey, da kommt er. Hey, was geht's? Hey, Vito. Setz dich. Ich hab mich mal über Carlos' Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2500 Dollar. Plus ein Tausender, um's über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren elf Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7500 Dollar Gewinn pro Kilo. Hm, aber was ist mit Falcauen? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja. Wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse! Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leitet uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen gewinnt für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal. Solange es nicht in unserer Gegend ist... Menschen hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich hab Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und je! Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht einnehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Ob das gut geht? Immer die Drogen, ey. Ich glaube, einer von den zwei wird dann Drogen nehmen und dann wird es richtig eskalieren. So, wo ist unser Auto? Hier ist unser Auto. Hier kommen die. Was machen die da? Henry ist ein bisschen verwirrt. Okay, wir müssen kurz drehen. 30 Riesenlein. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggepustet. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Deshalb können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Klar. Ja, von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt es keine Probleme. Oh nein. Er hat 30.000, aber die kriegen das doch alles mit, oder? Das mit dem Geld hinzu. Wir sind da. Halt an! Okay, wo müssen wir? Irgendwo hier hin. Hallo, Jungs. Wir wollen zu Bruno. Hi, Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi, Bruno. Hallo, Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich? Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse, Wucher. 50, höchstens. Henry, Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können irgendwo anders hingehen. Also, wie wäre es mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar. Und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000, den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry. Doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder weisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Fahre zum Meeresgrube-Lagehaus. Okay, machen wir. Wenn wir das nicht packen, müssen wir 10.000 pro Woche wieder dazu zahlen. Wir sind dann insolvent. Okay, alle reinsteigen. Alle einsteigen in die gute Stube. So, wir müssen fahren. Okay, wir müssen drehen. Gut gemacht, Henry. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, weichten zu gehen? Ja, ich hatte Natur sie auf den Hintern geglotzt. Gott hat sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehme alles zurück. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich habe mal von so einem Krediteil namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja, was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falkan die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ja, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. So was passiert uns nicht. Ja, uns passiert bestimmt was Schlimmeres. Yo, wir sind gleich da. Boah, ich hoffe die Sache wird irgendwie gut verlaufen. Aber ich glaube eher nicht. Wir sind gleich da. Fahrt durch das Tor und in den Hof. Kommt mit, Jungs. Aber überlasst das Reden mir. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Folgen Sie mir, Gentleman. Mr. Wong erwartet Sie. Okay, hier sind sehr viele Leute. Der Fon ist am Pissen. Ja, moin. Sieht schon sehr heruntergekommen aus. Hm, Joe. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. In Ordnung, bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in zehn Beutel. Jeder wiegt exakt ein Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen mit Ihnen, Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Kommt, ab zum Wagen. Okay, Jungs. Das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Okay, wo ist Hunters? Ja, in Hunters wird, glaube ich, das Schlimmste kommen, ey. Meine Herren, scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer an. Hm, schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie um, Jungs. Schieß, Vito. Sicher die Rückseite, Vito. Geht in den Deckung. Stiert, Arschloch. Ja, wenn ich jemanden sehe. Bleibt von den Fenstern weg. Verdammt, die zur Bleibung. Geht hier oben zu bleiben. Gehen wir runter. Hörst du! Kommen die? Nein. Aber wir gehen lieber rein. Okay, die gehen auch rein. Hey, ich hab was für dich. Schieß doch! Ich geb dir weg. Los jetzt. Los, Arschloch. Hinsch! Hey, die sind hier direkt so was zu gebrauchen. Okay, eine weg. Okay, ich seh keine bisher. Okay, showtime, Vito. Gib mir Deckung. Hilft mir, Leute. Das ist alles? Hahaha. Dann blüht ihr was. Ist da jemand hier, oder? Du hast dich gewischt. Und Kalker geht's. Zack, zack. Okay, eine weg. Hey, du hättest wohl für besonders hart, ne? Hier werde ich's zeigen. Ich geb dir Deckung. Geh! Ich geb dir Deckung. Ab jetzt! Die Denom, Vito. Du bist mausetot! Alles in Ordnung? Ach, so eine verdammte Scheiße. Das ist nur ein Kratzer. Ich geb dir Deckung, Vito. Na! Gabi! Okay, sehr gut. Okay, erstmal nachladen. Ist das alles? Okay, showtime, Vito. Nicht schlecht. Das ist alles? Hahaha. Dann blüht ihr was. Los jetzt! Zack, zack! Und da ist noch einer. Okay, der war einer. Warte, ich glaub, ich hol mal die Muni. Alles mitnehmen, was geht. Wo ist Joe und so? Wo müssen wir hin? Ja, da will ich sagen, wir nehmen mal einen Wagen mit. Wo ist Henry? Ah, Henry kommt. Okay. Okay, der Wagen sieht cool aus. Nein, ich will hier raus. Müssen wir echt jedes Mal das Tor kaputt machen? Nein, oh mein Gott, wir müssen echt das Tor kaputt machen. Scheiße, das war knapp. Das ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt. Oh nein. Bist du okay? Bist du okay? Er gehört mir. Hast du Schiss, Arschloch? Ach, der Schweine hat mir lobt. Ja, ist schon gut. Komm her. Ist schon gut. Vollzeit. Los. Wut der fuck? Das ging ja übel schnell. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, Verlacken. Nicht schlecht, was? Gib dir der Umwieter. Ja, geh weg. Okay, nice. Ich hoffe, wir haben die... Hey, du Genie. Brot heißt Stopp. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich finde es raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bringen uns zum alten Lagerhaus in Hunter. Okay. Ich hoffe, der, die läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann es ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Naja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und hab ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Und wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Brex-Kerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Wow. Jetzt ziehen wir erst mal das Ding hier durch, bevor wir diese Pläne spielen, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles weitere wird ein Kinderspiel. Okay, fahren wir mal weiter. Ja, wenn es regelmäßig wird, dann... Weiß nicht, da kommen eh Probleme auf. Wir sind da. Lasst mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe. Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Scheiße. Oh, verdammt. Volltreffer. Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Richtig wieder rein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Die Geschäfte laufen. Das ist ja gut. Das war's. Bei denen läufst. Kapitel 13 Roter Drache Joes Apartment, 24. September 1951 Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwier schon endlich absüße. Hey Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? 500 haben wir Plus gemacht. Okay, aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Und das Telefon klingelt wieder. Haut rein. Ciao, euer Crunchy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017